Hola, was geht, was geht, was geht. Neues Video. Pro, nice, Jakarta Live Session. Uh, das ist sogar ein Live Song. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Wahrscheinlich wird davon mehr kommen. So, weil es halt die Videos sind, wie ich ja schon mal gesagt hatte. Dass ich mir die Videos dazu angucke. Eigentlich dachte ich auch die ganze Zeit, das sind nur Visuals. Sind es nicht. Das sind einfach ganze Videos. Ähm, ja. So, wir werden uns, also ich höre mir die dann live an. Natürlich werde ich mir die auch auf Spotify wahrscheinlich, äh, anhören. Aber das werde ich dann nicht aufnehmen oder in einem Video verpacken, sondern jetzt dann live. Da wird man ja auch so alles raushören. Let's go. Da bin ich gespannt. Live Session. Crow Live. Auch einer der ganz großen, finde ich. Ich liebe es, den, also ich, ich war noch nie auf einem Konzert oder so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf gar kein Konzert. Aber wenn man sich diese Videos angesehen von Konzerten, sehe ich Crow mit ganz oben. Weil das ist einfach geil, der, das ist einfach, du hast nicht viel Playback, sondern das ist einfach seine Raw-Stimme. Und so, geil. Let's go. Aufgehört mit dem ganzen Gelaber. Und dann soll mir jemand sagen, dass Crow keine gute Stimme hat. Real Talk. Ich meine, klar, wenn du, wenn du auf dieser Musikart nicht stehst, aber Junge, der ist da gerade live. Der, der, der packt da so ein, so eine Stimme aus. Immer Sonne über Moravito. Von Bali bis nach Puerto Rico. Bin ich unterwegs wie Carlito. Doch mein Baby nennt mich Carlisito. Ich steh im Regen mit nem Riesenspann. Denn dieses Leben mir ist viel zu nice. Ich bitte, es geht nie vorbei. Oh mein Gott, was für eine Zeit. Geil, ey. Ich find das auch geil, wie die da am viben sind, so. Die fühlen's alle richtig, seine Stimme dazu, der, der vibe, man. Ich bin, der da will. Denn grad ist alles nice. Yeah. Äh, 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 äh. Äh, 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 yeah. Die Welt ist so laut und so hektisch. Mach sie aus, komm, du setzt es. Du brauchst hier kein Netflix. Wer diese Aussicht perfekt ist. Zwischen auf dem Boot schauen nach oben. Der Himmel feuerrot wie Melonen. Das Wasser ist so klar bis zum Boden. Um die Luft riecht warm wie die Toten. Nee, immer wenn die Sonne weg ist. Zähle ich ihn durch, count meine Plastik. Hab bisschen gebraucht, doch ich check es. Dass das hier kein Traum, sondern echt ist. Was für eine Zeit. Boah, das ist genau der Crew. Also, das ist für mich der Crew von früher, ne? Diese, diese, diese Stimme einfach. Geil, Mann. Boah, ist das geil, ey. Ey, kann nicht aufhören zu lächeln, ne? Das ist, ey, das, das bruscht nicht so. Also, das ist so gute Stimmung wieder. Ja, ja, und ich wünsch meine Mama bad Arbeit. Ja, ja, ja. Oh, mein Gott, was für eine Zeit. So nice, so nice. Es wird wie den Tag die Sonne schau'n. Oh, nein, oh, nein. Und ich wünsch meine Mama bad Arbeit. Oh, nein, oh, nein. Denn gerade ist alles nice. So nice, so nice. Oh, mein Gott, was für eine Zeit. Boah. Für mich als auch jeden Tag die Sonne schau'n. Boah. Und ich wünsch meine Mama bad Arbeit. Denn gerade ist alles neu. Boah. Junge, auch A Cappella alleine. Auch alleine. So ein Biest. Wie gesagt, die Stimme ultra geil. Ey, was die Jungs da auch abgerissen haben, ne? Also, dass du wirklich diesen Beat dahinter hast. So schön, Gitarren. Keyboard. Boah. So schön. Geiler Song. Geiler Song. Alter. Ey. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. So, ich hab jetzt schon drei Songs, die mir übertrieben gefallen von dem Ding. Alter. Alter. Crow, was ist los? Was ist los, Mann? Puh. Ähm. Na. Geil. Geil. Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch kommt. Was wir noch so viele Songs zu hören bekommen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ciao, ciao. Ich hoffe, ihr seid dabei.